ARD Text im Auftrag von Funk Kommt noch eine Ansage? Du! Nee, ich kann schon noch nicht. Hell yeah! Du machst Ansage, fick dich! Ich hab jetzt grad nicht geplant, diese Prefs ist grad nicht geöffnet. Ich dachte du nimmst als erstes auch. Hell no, wir nehmen zusammen auf was du gesagt, höchstpersönlich. Hallo und herzlich willkommen zum ersten Video. Ich weiß, wir sind schon ein bisschen fortgeschritten. Keine Ahnung, wo ich mich mit verpennte. Ich wollte heute im ersten Let's Play euch ein bisschen was erzählen und auf mehr Fragen noch nicht eingehen, dadurch, dass ich schon ein bisschen was vorarbeite. Okay, ich kann kein E-Gern. Das hat man gesehen. Und, danke. Ja, wie ihr hört, ich wollte eigentlich grad noch was dazu sagen. Wie ihr hört, bin ich nicht alleine. Sondern ich spiele mal einen Freund von mir, der ebenfalls YouTube macht. Kanal natürlich verlinkt. Ähm, ja. Ich glaub ich hab deinen Namen noch nicht genannt, oder? Hast du mir gehört? Absolut. Ja, also das ist der liebe Ente, der auch gerade runtergefallen ist und da stand. Genau. Hallo. Hallo. Es ist Deutschland hier. Ja, ich bin sehr vertraut, wie man sieht. Wasser im Arsch verplant, meine Mutter. Wer, seit wann gibt's übrigens Eisblöcke? Keine Ahnung. Irgendwie gab's einen Updated oder so. Ich hab das nicht mehr drauf. Hm, die sind zwar schnell. Aber wer braucht die Scheiße? Haben die das Bad schon eingebaut? Ja. Prozent. Ich hab nur... Kein Schwert. Kein... Upswetch. Easy. Easy get dragged. Ja, okay, ähm... Warte, nur der ist noch... Oh Gott, der liegt noch. Alter, diese Kombo. Oh mein Gott, wir haben keinen bekommen. Wir müssen noch einen haben. Mein Schwert war so Buch. Ja, ich merk, wie du einen hast, ne? Ja, ich dachte, der wäre runtergefahren. Nö. Ich hab ja... Der ist um die Ecke gelandet. Wir sind... Wir haben früher sehr häufig gespielt. Das ist dann abgeflaut und dann jetzt spielen wir wieder. Ich würd den gerne runter locken, aber ich glaub nicht, dass das... Er hat nen Bogen. Wirklich? Ja, aber ich glaub, er hat keinen Fall dafür. Für Proxin. Ist da noch irgendwas drin, was ich gebraucht kann? Ich würd zacke. Beide und mir, oder? Oder hast du den bekommen? Ich glaub, du hast ihn gekillt. Ne. Na doch, du hast ihn gekillt. GG. Cool, dann gewonnen. Easy. Nur ne Runde mit ran. Hallo. Kommt grad einer zu uns rüber. Ja, okay, der war schnell töd. Wir sind im Team Green, okay. Ich hab den abgeschossen, der hat irgendwie viel Schallschaden anscheinend kassiert. Ja, ich... Soll ich mich... Ja, vielleicht... Ja, jetzt... Soll ich mal was erklären? Da kommt ein Gelber zu uns. Oh, ich hab ihn. Kannst du ihn abschießen? Hab ihn schon. Wie bereits im Kanal-Trailer erwähnt... Oder wie man's sieht, mach ich... Let's Plays von Minecraft. Ich werde, wie gesagt, letztlich ordentlich hochladen, weil ich einfach die Zeit und Lust manchmal nicht dazu habe. Weil ich sehr häufig unterwegs bin. Und dazu werde ich auch noch andere Spiele spielen, die ich hier bei mir auf dem Computer habe. Und die ich auch gerne spiele. Aber dann muss ich halt gucken, ob das überhaupt auspaktioniert. Ich bin grad bei Rot am Arsch. Wo ist der? Ich weiß nicht mal, wen du suchst. Ich suche'n Gelb, der einfach gerade... Warum ist keiner in der Mitte? Vor allem Team Blau hätte in der Matte sein können. Oh ja! Ich hab keine Lust, meinen Mauskratten. Lolatz! Ob! Was ist das? Jeder hat so sein Bett von einem anderen kaputt gemacht bekommen und rächt sich bei einem anderen Team dafür, oder was? Ja. Oh, shit. Ah, das ist unser Maid, Alter! Loi! Ich hab das getroffen, aber... Nee, ich hab mich richtig erschreckt. Ich hab gedacht, der macht jetzt alle Hwaka und springt mich weg. Ich hab nur 2 Gold. Ist der behindert? Ja, da kommt einer in Rot an ihm, glaube ich. Jetzt sind wir jetzt raus. Wir haben gewonnen, glaube ich. Nee, ein Blauer erlebt nur. Easy. Ähm, die bringst du jetzt nur ganz gut im Team. Was zum Dreck? Warum? Ja, das... Ich hoffe... Da kommt dann... Da kommt einer! Ich komm nicht raus! Ich hab keine Glücke! Ich komm nicht raus! Ich kann mich nicht mal selbst umbringen! Bringt mich um, bitte! Danke! Kannst du mal direkt angreifen. Ah! Ich hab dann eben... Okay! Ich glaub unser Wett ist weg! Ja! Okay! Ich bin grad noch rechtzeitig respawned! Ja! Okay! Ich muss mich, glaube ich, an alle Zuschauer entschuldigen für diese scheiß Internetqualität! Ich weiß nicht! Ich glaub das hab ich ja auch schon zu tun! Jetzt kommt ein Grüner! Alter, das ist so dumm, wie ich das Bett gerade bekommen hab! Please! Please! Wie dumm ist das? Are you sure about that? Mein lieber Anteil, kannst du... Also ich würd jetzt einfach zu erklären, aber ich komm immer noch nicht dazu! Dann erklär doch! Oh! Der baut sich da auch grad hoch! Hä? Wie? Wer hat dich denn gebraucht? Wie? Ja, ich glaub auch nicht, wie du das verkackt hast! Was wirst du denn auf deinem Kanal hochladen? Oh! Was werd ich auf meinem Kanal hochladen? Ich werde hochladen! Minecraft Let's Play! Aber auch andere Spiele! Zum Beispiel... Shellshoffler! Ähm... Ja, ich hab hier ein bisschen Gold! Ich hatte mir immer ein paar Blöcke runterschmeißen! Ich hab auch nicht viel! Fehlt hier einfach mal die Hälfte! Ich hoffe, das reicht zum Hochbau! Ja, das reicht! Ähm... Ich werde verschiedene Games hochladen! Wie zum Beispiel Shellshoffler! Das spielen wir auch zusammen! Oder in die Tats! Äh... Ich bin grad! Ich hole mir grad das Bett! Ich bin grad! Ich hab zu mir grad das Bett! Du meinst schon, die sind uns zu zweit! Du weisst schon, die sind uns zu zweit! ich gut, ich kann es gar nicht zum Beispiel. Reasley Bridgen ist, wenn du nicht mal mehr sneakst, um Rücken zu bauen. Das sieht so Heck-mäßig aus, aber es ist echt einfach nur super schwierig. Du musst dann die ganze Zeit hin und her laufen. Also man sieht, ich bin sehr gut informiert in dem Thema. Ich spiele eigentlich schon länger, aber... Ja, ich bin gerade scheiße. Was hat... Wir waren noch bei der Frage stehen geblieben, gell? Oh nein, das reicht nicht! Da kommt direkt einer schon zu dir rum. Uhuhuhu! Ah, Suicide. Ja gut. Oh mein, was ist das denn für ein Clownsverein? F***ing Fiesta! Servus! Do you want to buy these? Want to buy these? Habt ihr denn? Easy! Nice! So ihr Lieben, oder liebe Zuschauer, wir sind wieder da, aber mit einem Spielmodi-Wechsel. Und zwar, wir spielen jetzt hier Boss, weil es ist eigentlich mein Lieblingsspielmodi, wie übrigens im Kanal-Trailer gab es das auch als Hintergrund. ich bin zu scheiße, um irgendjemandem zu folgen und fall einfach runter. Ist da jemand bei uns am Chor? Ja! Ich bin auch bei jemandem am Chor. Schön. Es freut mich so lange, ob wir unseren Chor nicht verteidigen können. Ist auch scheiße. Aber einfach nicht, dass es so tolle Videos gibt. Es kann einfach runtergefallen. Ja, okay, mehr Knockback, bitte. Killstil! Geht's über den linken Klonto. Killstil! Fuck yeah, Killstil! Protect me! Och, Jungs, ihr seid solche Lappen. Okay, ich habe ihn. Die stehen gerade bei beiden Chors unter Belagerung, ne? Ich baue den gerade ab. Ich glaube, ich kriege ihn. Wenn jetzt keiner kommt. Noch zwei Sekunden, so eins, zwei. Hopp, ich habe ihn! Easy. Nee, ich lebe noch, ich lebe noch, ich lebe noch. Also jetzt bin ich tot, jetzt bin ich tot, aber ich habe den Chor abgebaut. Dann kommen wir zum, da zu dem, zu der Seite gleich, wo du ihn abgebaut hast. Hä, warum? Dann können wir über die andere Seite, weil die, äh, na egal, scheiß drauf. Ich bin unterwegs. Ich gehe auch rechts, 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 da ist schon einer von uns. Protect. Protect, protect, protect. Genau, jetzt denke ich. Bauer doch einfach ab. Bauer du ab. Ja, dauert noch zehn Jahre, ne? Protect me, protect me, protect me. Boom. Gut. Nice. So, das hat jetzt viel zu lange gedauert. Ja, das waren nämlich jetzt 15 Minuten nochmal die Runde. Also gut, dann muss ich jetzt aber sagen, ich habe das ganze Video wie cutten, so die besten Szenen und das, was ich gelabert habe. Ähm, das heißt, mit anderen Worten, ich bedanke mich für das Zuschauen. Ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Und lasst ruhig eine positive Bewertung da, wenn es euch gefallen hat, natürlich nur. Wenn nicht, dann eine schlechte, aber bitte sagt mir auch warum. und bis dahin dann, ciao, ciao. Tschüss. Musik